Hör, das geht jetzt alles ziemlich ungeregelt im Netz, mein Führer Okay, mein Führer Let's go machen, Fete! Ähm, wir sind hier in Neoraz LB, wir begrüßen den Pado-Trabajo in Mexiko Wir begrüßen eine Partida in League of Legends Ja, ja Cresos Cresos Richtig, wir haben jetzt heute hier mal Pado auf Spanisch begrüßt Denn der ist gerade im Urlaub in Mexiko Das Morros Piñata und so weiter Arriba! Chacho, chachas Und dass er besser Puffer macht Der Ersatz, den man können muss Ja, richtiger Ersatz Richtig, und ich bin jetzt wieder ein A-Ram Das soll ich alle Ach, du auch? Was? Ja? Ja Ich verbahe mir in der Familie Der ist cool, der Skin Was, wieso liegt da schon auf dem Boden? Was? Warum machst du ne Maske auf? Warum mein Lautilus ne Maske auf? Warum ist meine Shirt-Opackung leer? Zufall, ich hab sie gegessen Zufall Ich glaub nicht Ja, heute spiele ich Trindermeer, Kai, Nautilus, Felix, Delfort, Lucas, Zix und Colin Reiss Hätte ich fast vergessen hier Zu sagen, wer was spielt Wir spielen gegen Fünf Gegner Heute Oho Oho Ich hab mal was außergewöhnliches Heute war gegen fünf Fünf, Alter Wuuu Wau 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 Haben die irgendwie lustige Namen? Wau San Wau Wau Es ist auch irgendeine Romanische Wache Wau Ganz komischer Typ Ähm Nur das Auch nochmal Was kauf ich mir als erstes? Ist mich eigentlich doof? Okay Willst du ne ehrliche Antworten oder soll ich deine Gefühle nicht verlassen? Ach komm ich hasse euch alle Ach das ist schön Beruht das weh im Gesicht Beruht sich auf Gegenseitigkeiten Dankeschön Gern geschehen Nose Kai Attack Speed was geht ab Okay Papi Das ist viel levelartig Ne ne ich geh erstmal auf Auf Page Erstmal auf Page Dann hol ich mir Irgendwas Attack Speedartiges Wir sind in der Busch Und dann Was? Die sind hier im Busch Jawoll Colin Ich hab sie Ich mach Schaden gelockt Ich mach Schaden und ihr nicht Weil Manuel nicht Ey Ja das liegt am Namen Du warst spätet Ey Ey Lass einfach ein bisschen Fete da reinmörsern Dann wird das schon Und Lukas Ah Fes hat... Oh Gott Wer hat gewonnen Wer hat gewonnen? Wir 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 haben die beiden Range Typen der Welt, Alter Ja die sind halt schon Brudale Brudalei Wir werden dich nie vergessen Wir werden dich nie vergessen Wieso? Wieso? Wir hätten dich nicht mehr vergessen Keine Ahnung Ich bin einfach ziemlich einprägend BAM BAM Er bleibt hier Ach die haben Lesin Ja Wir haben Gotthold, Ephraim, Lesin Ah Oh mein Gott Oh bin ich blöd Dollfeder Oh nein Ich bin nämlich selbst erstochen Ich bin nicht durch die Gegner gestorben Dem ist das Schwert ganz blöd aus der Hand gefallen Was ist loser Hallo Für wen hätten der sich Ich glaub für den ist er Ich glaub der ist ein bisschen blind im Kopf Ja Oh nein Fiora ist wieder da Oh nein Manuel ist wieder da Ich bin zwar blind aber wenigstens Illness killed me Warum war er krank oder was? Ja ja der ist blind Ach stimmt Der sieht ja gar nichts wo er hinläuft Ja ist ja schon doof ne Oh ein Kill Ja da Ich seh ihn Er war direkt in meinem Gesicht Was war denn das für ein Flash Ignite? Oh Ich bin Gott war das gleiche nicht Ich mach das scheiße Die haben aber auch voll die harten Art Was will ich da machen? Dornpanzer kaufen? Das ist ne Idee Du kaufst jetzt kein Dornpanzer Was bist drin damit? Was kaufst du denn überhaupt? Ich würd sagen ich kauf sich items Nein nein ich finde er sollte nur mit Pops spielen Eine Spitzhacke und ein Okay Deutsch Achso Text wird kurz Au Die tun mir weh macht was dagegen Ich schwimm in der Loch Ich hab keine Farben Ja Ein bisschen Tower Leiden He Ich hab mir gehört Opfer Ja Ich hab mir was hier Spam Ich mein' alles was können Ah man Scheiß die Unterleihung meiner Haus in dieser Maarsch Na ne Ich hab da ein schlechtes Gefühl bei... Boah, alter Colin... Joa, was sind denn das für Flashes? Predicted! Ach, falsch, hätte man ja auch ein Hydra holen können. Oh, fuck, oh. Komm mal an, ich muss mal sterben. Oh, was ist denn los, eh, die Unterlage meiner Maus? Der kommt nicht, der kommt nicht! Quicker! Nein, mein Hehl! Oh, du Wichser! Ich hab dich nicht verstanden, meine Verbindung war kurz weg. Das, was du gesagt. Ihr haben Hunger, 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 Hunger... Hey, dafür hab ich mich hier in die Ketel in den Ulti geworfen. Ja, schon, mach mal ganz kurz. Was flaschen die denn da so rum? Sorry, ich wollte die Ketel nicht aus dem Huck schmeißen. Das Leben ist schlimm. Natürlich, was man sonst sagt. Keine Ahnung Einfach Einfach mal so sterben In den Tower Rennen Schön, Ulti Habt ihr's gehört? Nein Die Dings war Die Fiora hat die Ulchung gecastet Ja Und ich hab sie gekillt Im Cast Nice Okay, Carsten Okay, Carsten Ich hab keine Mana Was ist denn mit Carsten los? Nein, Mana Du brauchst keine Mana Ja, Mana Wenn du Ulti aktivierst, kannst du auch voll reingehen Nee Du musst ja abhauen, ist neu Ich sehe nichts Die will nur ihr Mana-Schild wieder aufladen Sicher, dass sie nicht das Mana mit ihrem Schild Wieder aufladen wird Glaube ich nicht Oh, kann man eben Der Leesend Turb in Höhe Ja Ich hab gewartet, dass er reingeht Oh, Alter Hau, hauen die ab, die wiesen doch, dass ich meine Ulti nicht mehr hab Hui Ha, nein Ich wollte mich gerade davor stellen, aber irgendwie Irgendwie hattest du doch keine Luft Ja Muckst er mich einfach weg Keine Sorge, ich bin Unsterblich Entwickle ich himmelich Ich bezweifle ich das ein bisschen Nein Nein Glaub mir Ich bin unsterblich Oh, zieh euch Nice Ich glaube, ich hole mir hier nichts Danke, Colin Ich sag dazu einfach mal nichts Ja, du hast ja auch dazu nichts gesagt Sehr schön Oh Das war nicht sehr schön Die haben halt so viel AD, ne? Oh, wir haben gar kein AP Doch Danke Nein, haben sie nicht Oh, ich dachte damals wir haben kein AP Wir haben hier wirklich kein AP Diesen, Kate, Sivir, Fiora und... Warte, du hast repartiert Ah, Geren Ja Oh Gott Du musst mich nicht bei meinem Titel benennen Ich müsste mir eigentlich eine Dinge mehr als erstes egal Ah, kein Damage Irgendwie die Caitlyn Da, du Fotzer Ist nicht geflogen Oh, das ist noch ein Tower Oh, das ist noch ein Tower Oh, nein, oder auf? Oh, Mann, für eine blitzscheiße Quatsch Hat wenigstens Ja, aber du brauchst halt erst Items mit ihm Ja, das stimmt Ich mach ein bisschen scheiße Also, ich mach scheiße, nicht der Gem Oh, Mann, komm, die sind alle low Ja, wir sind auch alle low Damit meinst du uns, oder? Oh, nein, 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 Fete, nein, das hat sie nicht verdient Nein, das Schild Fick, das Schild Dem Tower Dem Tower sei Dank Ja Oh Gott, ich hoffe, die hat kein Ulti Ich glaube, sie hat Ulti Muss ich einfach nur irgendwer dazwischen werfen, der nicht ich ist Also, Colin will mich sterben, hab ich gehört, find ich nett Ja, klar Ja, ich gehinde mich Ich bin reich Ich wollte dir nur einen Outattack geben Ich bin reich Ich bin reich Ich bin reich Ich denke, wenn du mir lekkerorgan Ich hatte gerade einen Sekunden. Dauernd Anker ist nicht lang genug. Ohohohoh! Stucketchen! Warum hab ich keine Hydra geholt? Egal. Wer ist denn von denen stark? Okay, Silvia. Silvia mit Scripps? Hm... Ja, Silvia mit Scripps. Hm... Ja, was ist denn mit Scripps? Das gilt richtig. Weil es sowieso wie die da rumläuft, sieht ein bisschen komisch aus teilweise. Oh. Frag. Hallo? Oh, tschüss! Äh, was? Komm! Äh, was? Komm! Äh... Sein Ulti sollte ein bisschen länger dauern. Nein! Oh Gott. Da hat doch überhaupt jemanden, der ein bisschen Tanki baut. Nein. Das ist echt schlecht. Aber richtig schlecht. Dann geht Tanki, Manu. Dann mach ich ja gleich mal keinen Dawn-Panzer. Wie gesagt, die haben Full-AD, das kann ja wohl nicht zu schwer sein. Eigentlich müsste es ja der Nautilus machen, ne? Oh, der braucht immer einen 1er Attack-Speed. Nein, nein. Nautilus braucht Attack-Speed. Schau dir das an, wie ich die Mini-Einsatz mache. Ach, halt die Schnauze. Bam, 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 bam. Den lastet habe ich nicht bekommen, den habe ich bekommen. Den habe ich auch bekommen. Hey, das ist ein Smiley. Habt ihr, habt ihr es gesehen? Bei der Sivika eben, hat sie schön im Kreis gedreht. Das war der gute Script. Warum lassen wir sie noch mal Ulti durchziehen? Dann könnte er so gelackt. Was? So. So. Den kriegt er doch. Ich bin wieder da draußen. Nice. Könnte ich den Tower machen? Ja. Ja, komm. Ja, komm. Ach, nee. Lass mal lieber hier ein bisschen tanzen. Stimmt ja. Dafür ist er ja da, ne? Okay. Wie ich den Tower Schaden mache, Alter. 80 Schaden. Mindestens. 80 Schaden. 80 Schaden pro Hit. Ja. Muss man dazu sehen. Du willst du zur Hälfte kriegen wir den noch mit. Oh, danke. Das ist mir lustig. Also ich war kurz davor an der Reinfläche. Ich hoffe, ich habe keinen Flash. Hätte es so Flash gehabt, hätte ich nicht diesen hier bekommen. Alter. Nice. True damage. Lass mich in Ruhe. Wirft sich mal einer. Wirft sich nicht. Genau durch. Aber genau durch. Ich war auf dem Weg, aber ich war zufrieden. Okay, wir gehen mal weg hier. Ihr wolltet mich doch alles sterben lassen. Habt ihr gehört? Man, ich habe Gott nicht auch nichts. Ich konnte nicht mal mehr rausflaschen. Ja, du willst halt, ne? Also wenn er auf die Sea wäre, ne? Ich kann doch so, Ulti. Flash away. Ah, fuck auf. Also ich zu, Mann. Warum gehen wir nicht auf die... Ja, bestimmt ja dieses Tank hier, ne? Lieber Garen. Guck dich mal die Sea Scripts an, Mann! Was ist denn das? Was ist denn das? Diese Sea-Ware Scripts. Ist halt ehrlich so. Was könnte man sich denn kaufen? Was bringt denn ein bisschen was, äh... Items? Meistens. Das sieht man auch an dem, an dem Ding-Shield, wie sie das benutzt. Benutzt du nicht, wenn das... Also sie geht nicht nach vorne und, äh, benutzt es ein kleines bisschen früher, Sondern du benutzt es genau, wenn das Ding kommt. Ja, da hat uns auch gerade gesehen. Ja, dieser Script gerade eben bei dem... Bei dem Ding. Ähm... ... ... ... ... ... Ich hasse es. Ey. Penner. So ein Arschkopf. Ey, vielleicht verletzt du damit seine Gefühle. Ne, egal. Mach mal noch. Da sind ein paar mehr. Was war das? Wie der die Ult. Hallo, Ult immer, wenn der Gegner noch viel Leben hat, das weiß man. Oh, Fiora hat gezündet. Also, da hättest du dich jetzt mal schon dazwischen werfen können. Lol, die ist reingelaufen. Oh, ich sollte nicht auf die R. Egal, ich bin tot. Boah, Laufspeed. Ich brauch Hilfe. Ey, freemade wird doch mit T geschrieben, oder? Nein, mit D. Made wird mit D geschrieben. Ich? Also, ich schreib das ja immer mit F. Warte, warten. Schreib das auch immer mit Y, aber... Ne, das wird mit T geschrieben, ihr Fickköpfe. Na? Natürlich. Was? Was? Nein. Der Mate wird mit T geschrieben. T-T-T-T... Naja, da hat jemand doch nen Panzer geholt. Was? Wirklich? Was? Ich hab jetzt den Attack Speed. Ich glaube schon überhaupt. Einen... Einseit Attack Speed. Komm, kriegst du besser. Wie wir noch gar keinen Attack Speed Rules eigentlich bauen sollte. Na ja, wir geholt. Guck, wieviel Schaden ich denen alle mache. Bin ich? Ich. Komm, wo ist der? Ja. Uh. Aber wir werden immer noch auf die CW, gell? Ach, wirklich? Ja, du hast festgenagelt. Dann gib dir auch. Gern geschehen. Da könntest du wohl so weiss, dass du Agro hattest. Oh ja! W-Leave... Eat, ihr Narren! Alter, gefehlt. Da kannst du noch ein bisschen überleben. Okay. Nein! Okay, ich verpiss mich, ich verpiss mich. Nein, du gehst jetzt rein, du hast Ulti. Ich hab ne gute Idee. Oh, du hast keine Ulti. Hm. ich will das hinterher machen. Wo bleibt ihr alle? Ich, äh, ich mach mir hier noch einen Kaffee. Im Jenseits. Ich mach grad Colin Kaffee im Jenseits. Wie mute ich denn jetzt spiele? Äh. Ach, da. Oh, da. Alter. Jetzt aber kann ich n... Ja, aber was? Macht ihr euch da noch einen Kaffee oder was? Hab ich doch grad gesagt. Alter, Leute. Hab's für mich ja 50 Colt gebraucht, die warten. Bei mir waren sogar nur 25. Ja, guck dir das an. Ja, guck dir das an. Ja, definitiv. Was denn? Ey, sie sind ja scripted. Wieso, was macht die denn? Du musst mal gucken, wie die die Ebenen nutzt. In dem, in dem gleichen Frame, in dem die Hooks oder sowas reinkommen, man nutzt sie die E. Ist halt Killer, ne? Die Leute heute auch mal kurz hoch zu Gold. Äh. Ja, das hat das gerade eben auch schon wieder. Wir haben gesehen, die läuft halt... Die läuft nicht... Macht keine ruckartigen Bewegungen, sondern die macht nur so... Die benutzt die Wannaschild für ne E. Für ne E. Geht mit dir. Ich nehme mal das hier. So ein Forsten wieder Na, Forsten Mann, jetzt muss ich noch reingehen Mann, lass schon mal bitte healen Oh nein, er will mich Dann musst du ihn zurück wollen Komm, easy going Nein, die weiß nicht, was Stadtrunde Ah, fuck, man, die haben ja unseren Initialum gehabt Jungs, ich hab die KDU Wir brauchen deren auch mal Ich hab die KDU, Jungs Kaum die Wilden habt ihr da, wissen wir Nein, wir wissen das nicht Oh, ich glaub, ich glaub, ich hol mir Ich hol mir die Expeed-Schuhe, Alter Ich hol mir die Expeed-Schuhe, Jungs Okay Aber das kann ich jetzt noch nicht machen Wieso finde ich eigentlich unser Game irgendwo? Hm? Euer Game? Ich, 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 ich finde unser Ich kann unser Game nicht, äh, look up'n Oh, die wollte ich gar nicht Natürlich, Alter, ich sieh' mir Ripping us, hell Nein, mach' die Ulti Please Da ist die Ulti raus Aber Mann, du hast keine Ulti Da sind zwei Sekunden Das ist jetzt ungünstig Ich bin gleich wieder da 13 12 Also so ein Quadrant-Killer ist schon drin, Manu Ja, wenn du Ulti hast Also ich bin auch gleich da In der letzten Sekunden Hallo, Attack-Speed Nautilus Ja Oh Gott Und da ist er gleich weg Keine Sorge, liebe Leute Ups, falsche Taste Ups, wieder falsche Taste Ups, wieder falsche Taste Danke, Colin, danke Ich wollte dazwischen gehen, glaub mir Leider wolltest du auch hinter mich gehen Eíères, ein bisschen Ähm, ich hatte mir schon wieder das Mana Sheep benutzt Tschüss, hebt sich kette Und Hm, das ist Wund Und und da ist jemand raus ich hasse den, ich hasse den typ die haben halt keine ADCs, das macht es ein bisschen schwieriger 1,2 Attack Speed 30% ich bin voll in Rage Mode oh shit, oh shit, ich habe den D-Tone ok, der Garn hat ihn meistens, das ist normal, aber wenn der Garn irgendwie kriegt ja, Mannu, ähm, nimm das Heal oh, sorry oh, Colin, mir und Kai ich habe ja XP, und das war nice Kaufe 10, hebe fertig nehm wir gar nicht hier so viel Alter, fertig, kriegt er nicht schließend Alter, du Scheiße ich hab's nicht gesagt, Colin ich hab's nicht gesagt, Colin ich werde es so tun aber ich mach den ganzen Schaden ja ist das nicht drin da mehr oder so nein, nicht drin da mehr, der den Tower tankt, beide Tower tankt geht raus, gell, wenn ihr jetzt sterbt, ist vorbei keine Sorge, ich habe eben ab jetzt, jetzt kommt der letzte Fight Lost man standing Lost man standing wir brauchen ein paar Heals, wir brauchen ein paar Heals also der letzte Fight NOLL 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 gott dein Geld ne doch nicht aber fast der will auf mich Ulti machen meine Ulti in 10 Sekunden ja, ich hab schon wieder Ulti wir müssen aber aufpassen erst lassen wir den Inhab noch fallen wir müssen auf unsere beiden Oaker warten 3-Hit ist nicht oder poke nein, ihr könnt poken ja, aber auf ... also ich hab mit den Scripts ausgemacht da hat sie sie ausgemacht jetzt hat sie sie aus jetzt hat sie sie aus, ja jetzt hat sie sie aus jetzt hat sie sie aus, genau jetzt trifft sie wahrscheinlich auch kein Manuschild mehr ne, hat sie ja auch gerade nicht hat sie viel zu früh benutzt und ist nicht reingelaufen ja ist halt jemand der sich in die A5 hoch gescriptet hat es wäre mir gerade eine runde heal ausgewöhnlich was war nicht weiter der cloud im hiel ich komme sicher ja na würde ich würde ich nicht drauf werden dass du nicht aus polen kommst was sie wäre aber so ein gerund support alter hat nicht so viel du mal hast du kann eben den mann erscheint wieder gesehen nicht mal ansatzweise getroffen wir wollen es das heißt wir müssen uns einfach nur wir haben genug was sie davon abhalten können und der wird etwas verhüben ich muss eigentlich immer wieder sterben hätte ich genug für meinen downpunkter ja ja sterben ist gerade nicht so das was du solltest auch viel zu früh benutzt gerade eben auch schon wieder auch wenn auch nur bei fehlend die baut sehr schön oh gott au jesus ach du musst mich nicht bei meinem titel nennen was soll ich bei deinem titel nennen ähm sagt Gesicht braunen Hose ja danke Gesicht braunen Hose bitte bitte aber du musst es nur waren sehr finischen ja nein nein das kann ich nicht das sind nur zwei adc's und ließe das ist so bad gewesen was kommen wir nicht machen sehen wir uns beim nächsten mal egal bis dahin tschüss